...überleben? Ähm... Nö. Lost Cat. Heiligsmakril-Flechli! Nö. 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 LOLL! Du bist... ...was du bist! Nö. 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 Scheiße. Achso. Das war wahrscheinlich meine Mutter und Nö, der hat mich scheiße genannt. Der sitzt nämlich den ganzen Abend auf der Treppe und hört dir zu. So, was kriegen wir? Was kriegen wir? Mama, all in the gay? Nee, Mama, refresh. Dann Mama, free mode. So, schreiße. Cause I'm free. Free, fall. Free, fall. Free mode, fall in. Sneaky, sneaky. How can I help? I'm sorry, I've got nothing for you right now. Was? Fickser. I'm sorry, I've got nothing right now. Hello, this is Simeon. What's up? Give me a shot when you know what you want. 2 Minuten 42. Wir müssen sich halt mal zumindest ein 12 kriegen. Dann kannst du deinen ersten Heist machen. Sandy! Dandy! Dandy! Hh. Dandy. Dandy! Da kriegt man das Auto, oder was, bei der ersten Heißmission? Jau. Hey, kann ich dir helfen? 44 Sekunden. I've never been to fucking Malaysia. Was? Was mit Malaysia? Ich habe gesagt, dass er noch niemals in Malaysia ist. Fucking Malaysia. Irgendwo einer hier auf der Straße. Aha. Ja, wenn der das sagt. Egal, ich ramme seine Freundin um. Hello, back up. Das ist ein kaltes Geschrei, wa? Aaaaaaah. 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 Mörder. Aaaaaah. 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 uh call me when you got your mind back sieht aus wie autos klauen eingeladen oder? ne weit kommt gerade so geil ich bin in so eine gruppe reingerannt jetzt wichsen sie sich gegenseitig nieder so geil er hat dann falsch zusammen gewichst dandy oh wir sind ja aufs switch muss auf mein vokabeln achten ja das wäre schon noch gebrannt wegen dir ah 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 gt8 ferra autotypisch woher ist dein fucking car was war du denkst ich habe keine Ahnung warum würde sie mir da draußen parken obwohl man hier drinnen steht also sie parkt mitten auf der straße obwohl Parkplätze rechts daneben sind wo wir eben stunden ja naja läuft läuft bei dir ne gönn dir watt crazy bpbp Vielleicht sollten wir getrennt fahren. Ja, hast du ein Auto da am Start? Ja. There you go. What? Big fucking intruder. Alter. Watch your... Watch your words. Deutschland, da darf man sowas. Echt davon? Darf man versaute Sachen auf Englisch sagen? Ja, oh, kanns auch auf Deutsch sagen. Also scheint so, als würden die Autos stehen. Ja, sehr krass. Ja. Boah, wo? Auf so'n Grundstück, fuck. No. Oh. Einfach mal weggefixt. Hey, watch your... Watch your language. Jetzt ist nur die Frage, welches Auto? Wahrscheinlich das Supersport-Auto da. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Jetzt muss ich erstmal Autos umparken, damit dann das Auto rankommt, was ganz hinten steht. Oh, bin tot. Scheiße. Das ist dann jetzt eher schlecht. Waren da Gegner, oder was? Ja. Waren Gegner. Ja, hier sind keine. Deswegen hab ich gefragt. Ja, ich hab auch keinen gesehen und dann war halt einer da, der mich entdeckt hat und dann waren auf einmal ganz viele da. Das ist scheiße. Natürlich keine Teamleben mehr, ne? Da wird, glaube ich, jetzt einen pinken Cheater durch die Gegend fahren. Oh, wie viele kommen denn da gleich? So krass, ey. Erlebst du denn noch wieder das? Ja, klar. Aber wir haben jetzt halt kein Leben mehr. Ich gucke, dass ich so schnell wie möglich zu dir komme, aber... Ich muss jetzt erstmal die Karre hier abliefern. Oder soll ich mit der Karre zu dir fahren? Wir fahren dann gemeinsam. Ja, jetzt sind es nur noch 800 Meter, die kann ich jetzt auch mal schnell fahren. Ach, die werden automatisch schon gleich verschifft. Ich fahr grad zum Hafen. Ach, hör doch auf! Hab so fast alle tot gehabt, da kommt natürlich nochmal einer irgendwoher. Das ist übrigens der Rolls Royce, ne? Dass das auch nicht irgendwie angezeigt wird gescheit. Ah... Ah... Würde ich ins falsche Auto beschränken. Die Ecke stand ein Motorrad direkt hinter dir. Ähm... Wie geht's hier wieder raus? Ähm... Nein? Scheiße. Ähm... Ich seh auch nichts, was rausgeht. Oh, steig auf, du Vogel! Ähm... Ach du Scheiße! Das schaffe ich, glaub ich, eh noch mehr. Aber versuchen... In vier Minuten... Das sind vier Kilometer. Das ist wohl nicht ganz lang. Ich denke ich auch nicht. Sonst ist auch kein Supersportwagen hinter der Klaus. Ja. Ich muss ja auch erstmal hinkommen. Und ich mach ungefähr so... 1 Kilometer in 45 Sekunden. Sprich, mir bleibt nicht wirklich Zeit übrig, wenn ich da bin. Ich muss ja wahrscheinlich auch erstmal freischießen, ne? Ich weiß nicht, ob da welche respawnen. Also, waren alle tot bis auf...